Information zu RE1 nach Aachen Hauptbahnhof über Köln Hauptbahnhof. Abfahrt 5.30 Uhr. Heute ca. 45 Minuten später. Grund dafür ist eine Stellwerkstörung. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RE1 nach Dürren über Köln Hauptbahnhof. Abfahrt 16.39 Uhr. Heute ca. 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Stellwerkstörung eines vorausschfahrenden Zuges. Gleis 4. Einfahrt RE1 nach Aachen Westfalen über Düsseldorf Hauptbahnhof. Abfahrt umschuldig 16.49 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu RE7 nach Krefeld Hauptbahnhof über Münster. Abfahrt 19.06 Uhr. Fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. RE7 nach Krefeld Hauptbahnhof über Dormagen. Abfahrt 11.42 Uhr. Heute ca. 35 Minuten später. Von Gleis 9. Information zu RE7 nach Aachen. Hauptbahnhof über Dürren Steinfurt. Abfahrt 21.04 Uhr. Heute ca. 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Stellwerkstörung auf vorheriger Tag. Information zu RE7 nach Reihen über Krefeld. Abfahrt 10.24 Uhr. Fällt heute aus. Grund dafür ist eine Beeinträchtigung durch Wanderlismus. Wir bitten um Entschuldigung. Und RE7 nach Krefeld Hauptbahnhof über Dormagen. Abfahrt 10.42 Uhr. Heute ca. 70 Minuten später. Von Gleis 9. Heute nur mit Neus Hauptbahnhof. Information zu RE15 nach Emden Hauptbahnhof über Rheines. Abfahrt 10.05 Uhr. Fällt heute aus. Grund dafür ist eine Beeinträchtigung durch Wanderlismus. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RE15 nach Emden Hauptbahnhof über Rheines. Abfahrt 20.05 Uhr. Fällt heute aus. Grund dafür ist ein Notarzt-Einsatz am Gleis. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RE15 nach Emden Hauptbahnhof über Rheines. Abfahrt 16.05 Uhr. Fällt heute aus. Grund dafür ist eine technische Störung auf einem anderen Punkt. Wir bitten um Entschuldigung.